Ich möchte keine Partei wählen, welche sich auf den Fehlern von anderen profiliert. Ich möchte in einer Partei sein, die aufgrund ihrer Souveränität und des Glaubens und der Bestärkung der Bevölkerung wächst und sich immer für die Belange der Bevölkerung einsetzt. Wir sind keine Alternative der Altparteien. Wir sind die einzigste Option für eine hoffnungsvolle Zukunft unseres bayerischen Landes. Denn wir, wir sind die Basis der Bevölkerung. Rote Waffen, Friedensschaften, Rote Waffen. Wir brauchen eine andere Politik von Rote in Europa. Wir brauchen hier in Deutschland eine andere Politik und auch in Bayern. Haben Sie mit uns liegt. Schauen Sie auf unsere Politiker für ihre Taten. Haftung, Politikerhaftung. Ein ganz, ganz richtiger Aspekt. Schauen Sie sich an, wir, die Basis Bayern. Dieses Jahr haben wir Landtagswahlen. Schauen Sie ganz genau, wo sie hier... Das kann nicht sein. Wir möchten, dass jeder Mensch, der als Abgeordneter im Landtag oder im Bundestag ist, dass er seinem eigenen Wissen verantwortlich ist und keinem Parteizwang unterworfen ist. Deswegen hat sich die Basis von mir. Eine Partei, wo jeder Einzelne mitbestimmt, konsensiert und wir gemeinsam für die Zukunft neue Dinge generieren. Wir wollen, dass der Mittelstand wieder unterstützt wird. Dass man hinter die Kulissen blickt. Hören Sie nicht nur den normalen öffentlichen, rechtlichen Medien zu, sondern hinterfragen diese. Unsere Medienlandschaft sind gekaufte Journalisten. Es sind gekaufte Journalisten. Leider Gottes. Sie haben ihren Beruf verfehlt und reden nach der Fahne der jeweiligen Regierung. Und das kann es nicht sein. Wir brauchen eine Gewaltenteilung. Judikative, Exekutive, Legislative und die Presse. Es muss geteilt sein. Momentan hat die Regierung zu viel Macht in allen Bereichen. Ich kann es nicht erst mal ganz Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018